Wir sind jetzt im Hauptmenü. Wir gucken uns das ganze Hauptmenü jetzt mal Stück für Stück an, Freunde. Phase 1. Enter the Toybox. Wir gucken uns die Career machen. Total Hands Use. Wir haben Statistiken. Alles. Mami, Hagi, Boxy und... Das wären erstmal die Monster. Wir haben drei Stück. Mami, Hagi und Boxy. Okay, sehr interesting. Was haben wir noch? Wir können customisen. Wir können Survivor customisen. Boxy Boo, Hagi wa... Bro. Bro, guck. Digga. Der ist so ready, Mann. Was ist mit Mami? Ganz im Ernst. Das allererste, was ich jetzt mache. Ich habe 10.000 Playcoins. 10.000 direkt aufgeladen. Wir gehen in den Store. Ich kaufe noch nichts. Wir haben featured Sachen. Hagi-Outfit. Digga, wie cool. Nach acht Stunden kommt was Neues. Okay, wir werden die Skins und so weiter alle in Videos prüfen und checken, Leute. Alles entspannt. Es gibt hier unten noch so eine Leiste, mit der kann ich nicht so viel anfangen. Alles klar. Ich gucke einmal in den Optionen rein. Controlled. Mouse Sensivity machen wir ein bisschen höher. Gameplay. Immer Intro Cinematic Skippen. Ja. Colorblind Mode brauchen wir nicht. Wir machen mal Apply. Dann kommt das Intro nicht mehr. Ja, wir können jetzt hier eigentlich rein. Enter the Toybox. Was ist denn das? Ach was. Das ist ein Season 1 Pass. Kann man sich aber noch nicht kaufen. Ist der umsonst? Möglich. Leute, es gibt sowas wie eine Art Game Pass. Guckt rein. Guckt ihr den mal an. Digga, wie cool. Leute. Wir checken mal. Kissy Missy epischer Skin. Oh mein Gott. Kann man sich die Toybox kaufen? Grab Packs gibt es auf jeden Fall auch. Geht so erstmal nicht. Können wir erstmal nicht machen. Aber ist nicht schlimm. Toybox ist doch nicht möglich. Jo. Es gibt Legendary Skins. Oh, da. Guckt ihr den mal an. Wir gucken rein, Leute. Wir gucken rein. Wir gucken ganzen Game Pass an erstmal. Was ist das? Legendary Party Hand. Okay. Total gut. Chicken Outfit. Leute, das Chicken Outfit. Wie cool, Mann. Was haben wir noch so? Das Scuba Diver Outfit. Oh. Chemistry Teacher. Mhm. Astronaut. Auch sehr big. Die T-Pose. Man kennt sie. Sombrero. Mhm. Haha. Boxibu als Mädchen. Robot Mummy. Alter Wild. Woodskin. Bandit Hoodie. Oh, der Hoodie sieht auch sehr wild aus. Hot Pack. Das sieht auch sehr geil aus. Grab Pack, Alter. Cool Slick Outfit. Leute, guckt euch den mal an, ne? Der Bronze Swim Diver. Octohands. Da hat man so Wasserhände. Jesterhead. Der Robot Huggy sieht auch so krass aus. Gibt 100 Stufen, Leute. Wir gucken weiter. Boxi Outfit. Ey, geil. Digger. Guck dir die Mami Long Legs mal an. Octopus. Holy. Komm hier. Digga. Kranke Skins. Der Kissy Missy Rucksack. Scrap Pack. Okay. Und da ist Gold Huggy. Alter Schwede. Lunch Boxi. Mami Pack. Haben wir auch. Okay. PJ Pack a Pillar Face. Mhm. Boxi Hands. Oh, man kann sogar ein Herz geben. Wie cool ist das Ding, bitte? Wie cool ist das Ding? Neon Outfit. Okay. Cardboard. Oh, lol. Skeleton Grab Pack. Uff. Das sieht auch sehr wild aus. Bonzo Outfit. Robot Boxi. Das ist mit das epischste Teil, was wir je gesehen haben. Jazz Hands. Egg Head. Das tolste Outfit. Wie cool. Ey, geil. Red Huggy. Auch nicht schlecht. Huggy Pack. Daddy Long Leg Skins. White Huggy. Depper Suit. Mhm. Wir haben einfach einen Pümpel als Kopf, Digga. Oh, Boxi zu Weihnachten. Das Robot Outfit, Leute, gefällt mir persönlich. Sehr, sehr geiler Skin. Sehr, sehr geiler Skin auch persönlich, ne? Was haben wir noch? Silver Skin. Purple Boxi. Die Crown, Leute, aus Rainbow Friends, Digga. Safe. Oh, der Volt Metallic Boxi. Uff. Green Mummy. Feier ich persönlich nicht so. Der ist auch nice. Der Night Outfit Skin. Man hat sogar Emotes für Monster. Das Grab Pack ist auch wild. Chef Koch. Gold Mummy. Roboter Hände. Rabi Huggy. Krass. Rabi Mummy. Der Ägypter, Leute. Der ägyptische Gott. Er ist auch da. Mom Spaghetti. Paar Hände. Okay. Dicker, ist das einfach ein Ballon? Green Boxi. Ninja Outfit. Auch cool. Oh, die elektrischen Hände, Leute. Die sind auch sehr krass. Guckt euch die mal an. Sick. Sick animiert. Digga, hast du das gesehen? Ha 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 ha. Skeleton Outfit. Sehr nice. Crystal Hand. Geil. Die Gasmaske. Aber Leute, jetzt kommen wir natürlich zu dem heftigsten Item. Killy Willy. Das ist ein Fanmade Charakter. Okay, Leute. So viel dazu. Und dann kann man das ganze Ding customisen. Und hier sieht man es. Wild. Ich bin blau. Ich mach mich blau direkt. Oh, man kann sogar die Grabhack Hände färben und so. Voll wild. Ach du heiliger Aal. Das ist ja so cool, Mann. Das war... Ey, Leute. Das Warten hat sich absolut ge... Alter. Okay. Grabhacks haben wir noch nicht. Pants. Schuhe. Vielleicht mach ich noch Hose anders. Nee. Oder Jacke. Se... Na. Ja, na. Ja, doch. Find ich so geiler. Okay. Charakterinfo. Haben wir nicht Perks? Es gibt Perks? Leute, was? Es gibt Perks. Es gibt ein Skillsystem in diesem Spiel. Es gibt ein Skillsystem in diesem Spiel, Digga. Powerwalker. Du kriegst noch mehr Speed. 15% Boost. Speed. Es gibt Fußspuren. Crazy. Emotes haben wir auch. Leg ihn rein. Quick Play. Automatically find a game. Host Game. Bro Servers. Da sehen wir die Server, Leute. Community Game, oder? Let's go. Host Game. Es gibt zwei Levels. Toy Factory und das Theater. Wir gehen als erstes ins Theater rein, oder? Sieben Leute können mitspielen. Sieben. Game startet. Alright, Digga. 15 Minuten. Der Zug fährt. Okay, Freunde. Let's go. Wir sind drin. Eject. Ball durch. Nein. 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 Okay. Wir haben das Ding durch. Das war ein schweres Puzzle, Digga. Bin ehrlich. Wir müssen weitermachen. Ruhig, Leute. Ruhig. Irgendwo ist das Monster. Wir haben noch keinen Toy Part, oder? Eigentlich kommt da noch ein Toy Part raus. Da. Das muss da irgendwo liegen. Warum geht hier nichts auf? Wo sind die Spielzeitparts? Leute, wie krass. Wie krass ist dieses Spiel. Wo ist das Monster? Wir wissen nicht, wo das Monster ist. Jawohl. Jawohl. Das wird sowas von nichts. Das wird sowas von nichts. Jawohl. Okay. Crafter hat ein Spielzeugteil. Das ist gut. Wir müssen wahrscheinlich noch mehr Puzzle lösen, ne? Aber wo zur Hölle ist das Monster? Wo zur Hölle ist das Monster? Was ist das hier? Okay, Freunde. Noch nichts vom Monster gesehen. Ah, nochmal. Okay, wir müssen einfach nur... Das ist ein Reaction-Test. Kein Problem. So. Freunde. Wäre nice, wenn ich mir jetzt mal gleich ein Teil hier rausziehen könnte. Big stuff. Big stuff. Guck, wie sind alle hängen. Okay, der eine hat das erledigt. Sky-Gamer, Bruder. Stell dich an. Alter, dieses Game zu wild. Ich finde es halt nur komisch, dass das Monster bisher noch nicht da war. Wisst ihr, wie ich meine? Das Monster ist aber noch nicht da, ne? Monster ist noch nicht da. Das Monster ist noch nicht da. Ob er es geblickt hat? Jawohl. Stark. Also, Leute, wenn ihr so schon anfangt zu schwitzen. Oh, eklig, Digga. Eklig. Wenn die so schon anfangen zu schwitzen. Mit Grabhack da drauf. Oh, Bruder. Da müsste man echt schon... Da müsste man echt schon... Ah, das werden alles so Sachen. Die kann man noch wenigstens reporten, Digga. Guck dir das an, wie sie da hängen. Bruder, mach hin. Wir gucken mal weiter, Leute. Ich schau mal erst mal. Drei Minuten haben wir jetzt. Wahrscheinlich sollen wir das Ding jetzt erst mal runter machen. Kommt das Monster dann? Eigentlich müsste es ja die ganze Zeit kommen, oder? Mal eine Sache, ja. Ich schaue jetzt erst mal die Map an. Ganz in Ruhe. Ich nutze die Gelegenheit mal. Okay. Wir können jetzt einfach zum Zug latschern. Ich frage mich halt nur, wo das Monster ist, ne? Weil ich sehe es derzeit noch nicht. Können wir einfach rein? Können wir. Einfach drin. Da hinten sind auch noch welche. Haben wir die Mission jetzt geschafft? Tatsächlich. Monster ist nicht drin. Monster ist aber jetzt nicht da. Was haben wir nach so einem Spiel gekriegt? 80 Tickets. Okay. 80 Tickets. Was können wir jetzt mit den Tickets machen? Man kann sich mit den Tickets nur Perks kaufen bisher. Das habe ich jetzt so gesehen, ne? Wir können nur Perks kaufen. Kann ich mir jetzt den Toy Pass kaufen? Ja, 1000. Wir pushen erst mal nicht. Ich kaufe erst mal Toy Pass. 1000. Für den Toy Pass. Ja, wir haben ihn. Der Pass ist gekauft, Leute. Na sowas. Ha 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 ha. Halligen Freunde. Erst mal gucken. Ich bin Boxi Boo. Ich kann springen. Oof. Oof. That looks interesting. Fail puzzle. Da 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 da. Da 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 da. Ha 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 ha. Hallöchen Freunde. Hallöchen. und es geht für dich rein rein mein kleiner ihr seid alle tot ihr seid alle tot rein oh baby gucken wir mal wir haben wir da denn wen haben wir denn da drüben wir gucken mal wir gucken mal oh freunde oh freunde freunde ihr müsst wohl das puzzle noch machen lauf doch nicht weg mein kleiner lauf doch nicht weg wenn man das monster spielt hat man keine angst genau man hat nur angst wenn man wenn man hier arbeiten muss na wo seid ihr denn versteckt euch doch hier verliert sonst ich will euch doch nur auf essen da oben hat jemand das puzzle verkackt hallo hallo hey warte doch hey warte doch kurz lass mich dich doch einfach mal ganz kurz in den kulak werfen habt ihr das gehört hat er auf mich da warte auf mich da warte doch es geht in den kulak für dich ab in den kulak wie wir diese spiele einfach entsorgen hey kleiner warte doch kurz wo hatte ich bin's doch rein mit dir ich will spielen da kommen schon da kommt schon das ist so nice da sind sie da sind sie leute ich bin's doch nicht schlecht smart geplayt smart geplayt oh das sind richtige try harder sind das tja nehmen wir dich doch mal mit das war's für dich hilft da irgendwie jemand jemanden ziemlich guter move von denen man kann diese schränke kaputt machen da also als monster zu spielen macht richtig spaß ich finde diese hände pfoten so süß ja mann also eigentlich schon ne hat jemanden puzzle gefällt da hat jemanden puzzle gefällt oh das ist ja jetzt echt ärgerlich ne hi so direkt rein wo sind die ich höre sie doch hätte sie nicht zwei sind dead oh hallo na komm mal zu papa na komm mal zu papa ey das war dumm okay sie wie lange bleibt diese tür blockiert ich hab ihn doch gesehen ich hab ihn doch gesehen und tschüss das war's wir sehen die toten neben mir ne zwei sind grau ja ich weiß wird schon gemein aber es gibt auch andere die sind nicht schlecht da hat jemand ein puzzle gefällt leute irgendjemand hat da was falsch gemacht lecker na komm mal mit zu papa na komm mal mit zu papa player reviving er ist tot er hat das loch nicht überlebt einer down der zweite down und der dritte ist auch down okay 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 wir haben noch nicht ein einziges teil aufgesammelt hi hi na was geht lecker lecker ich bin durch die map gefallen ich bin durch die map gefallen okay wir haben zwei down ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern wo ich den weg gemacht hab ich weiß der arme ne der ist auch tot tatsächlich hab ich nur noch oh nein er wurde oh glamrock wurde wieder mhm aha sind sie noch zu zweit oder nicht sie haben nur noch drei minuten leute die überlebenschancen sehr sehr schlecht der zug fährt bald sie sind bald tot ihr seid bald tot ihr seid bald tot schade dass ich sie nicht schon früher gegessen aber die verstecken sich die kleinen biester oh junge man kann so weit springen alter was kann mami mami long legs ist natürlich auch die frage was kann die so ne wenn man den charakter kann glaube ich ist boxy boo der heftigste der ist mobil ohne ende der ist sehr sehr krass vier sekunden wir sind durch wir haben gewonnen 15 minuten match time 310 gab es plus wir haben den pass auch grad gelevelt 12 für den pass das hat reingeschmeckt ne das hat reingeschmeckt leute in diesem spiel ist eine ganze menge noch drin verankert ich muss sagen das könnte alles noch sehr sehr interessant werden ich bin sehr gespannt was was da was da gehen wird ne